Eine neue Ausgabe SWR ins Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Gustav Dobos. Schönen guten Tag Frau Köster. Schön, dass Sie da sind. Sie waren vor drei Jahren schon mal zu Gast. Da hatten Sie sehr erfolgreich über das gestresste Herz geschrieben und jetzt wieder sehr erfolgreich über die gestresste Seele. Da ist rauszuhören, dass Sie sich intensiv mit dem Thema Stress beschäftigen. Wenn wir jetzt direkt auf Sie gucken, wann hatten Sie denn das letzte Mal gefühlt richtig viel Stress? Normalerweise hat man jeden Tag irgendeine Form von Stress. Meistens sind es Terminkollisionen oder persönliche Diskussionen mit Kollegen oder so. Das ist an und für sich normal. Das Wichtige ist halt, wie man darauf reagiert. Und da wissen Sie natürlich gut, wie man darauf reagiert. Sie sind ein Pionier der integrativen Medizin, kombinieren Schulmedizin mit Naturheilkunde. Jetzt zwei sehr erfolgreiche Bücher zum Thema Stress. Heißt das, Stress entspricht auch dem Zeitgeist, wenn wir allein an das Thema Pandemie denken? Ja, gutes Buch wurde aus einem anderen Grund geschrieben. Ich wollte kein Corona-Buch schreiben, aber das ist natürlich jetzt ziemlich gehypt worden. Ist jetzt auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste. Und das liegt natürlich daran, dass da ein Bedarf da ist. Was im Englischen heißt, there is a need. Offensichtlich lächzen die Menschen danach, etwas in die Hand zu bekommen, um mit dieser Situation fertig zu werden. Jetzt gibt es auch noch eine andere Perspektive drauf. Denn, übertrieben gesagt, gab es ja auch mal Zeiten, da galt es fast als schick, wenn jemand Stress hat. So nach dem Motto, wenn du keinen Stress hast, dann bist du nichts wert. Ja gut, es war dieses typische Manager-Gefühl, dass jeder, der wichtig war, möglichst gestresst sein sollte. Ich glaube, dass sich das mittlerweile auch geändert hat. Ich glaube, Stress ist mittlerweile kein Statussymbol mehr, weil der Stress mittlerweile so überstrapaziert wurde, dass im Prinzip jeder schon Stress hat. Selbst die Studenten haben maximalen Stress, obwohl sie eigentlich eine Zeit ihres Lebens verbringen, die früher als völlig stressfrei galt. Und dann kam dieses Thema Selbstoptimierung auf, weil der Stress offensichtlich so groß war. Da gibt es jetzt auch diesen schönen Satz, wir mäßigen uns maßlos. Die Frage natürlich, wofür lohnt es sich zu leben, wenn nicht auch einfach mal über die Stränge schlagen, ist doch auch wichtig, oder nicht? Klar, das sind die positiven Verstärker. Das ist das, was das Leben lebenswert macht, dass man sich mit Freunden trifft, ins Schwimmbad geht, in die Sauna geht, Theater, Kino. Das ist alles nicht mehr möglich momentan. Und deswegen sind die Leute auch zusätzlich gestresst, weil quasi die Möglichkeit, sich selber so ein bisschen auszugleichen, sich zu kompensieren, fällt halt einfach weg auf diese Art. Sie leiten schon seit 1999 die Abteilung für Naturheilkunde und integrative Medizin an den Kliniken in Essen-Mitte. Wie haben Sie jetzt aktuell auf die Pandemie darauf reagiert? Haben Sie womöglich eine neue Abteilung aufgemacht? Also wir reagieren, also wir sind im Prinzip ganz normal belegt, alle tragen Maske und haben bisher noch keinen Fall in der Klinik gehabt von einer Corona-Infektion, also bei uns in der Klinik. Und haben jetzt Anfang des Jahres eine neue Abteilung eröffnet, in der wir Naturheilkunde und Psychosomatik kombinieren, weil wir gesehen haben, dass Patienten sehr positiv auf naturheilkundliche Verfahren, auf körperorientierte Naturheilkundliche Verfahren reagieren, auch mit ihrer Psyche. Und jetzt zeigt sich, dass wir immer mehr Patienten aufnehmen, die letztendlich durch diese aktuelle Situation extrem gestresst sind. Das sind vorher völlig gesunde Menschen gewesen und sind jetzt so gestresst, dass sie quasi in eine Klinik müssen, um damit fertig zu werden. Sie haben über das gestresste Herz und die gestresste Seele geschrieben. Wie verhält es sich? Hat das eine automatisch mit dem anderen zu tun? Also beim gestressten Herz fand ich sehr spannend. Ich war ja auch in vielen Sendungen, auch Call-in-Sendungen, bei denen Patienten anrufen konnten. Und in dem Buch beschreibe ich all die Dinge außer der schulmedizinischen Therapie, die natürlich optimiert sein muss, was der Patient selber machen kann, von Ernährung, Bewegung und so weiter. Und die häufigste Frage, die ich von Patienten gestellt bekommen habe, war der Zusammenhang zwischen Stress und Herzerkrankungen. Also offensichtlich ist das ein ganz großes Bedürfnis. Und das Herz ist natürlich ein Organ, das sehr stresssensibel ist. Da wissen wir, worauf wir achten müssen beim Herz und dem Schmerz. Wenn wir jetzt auf die Seele schauen, wo können wir denn den Schmerz der Seele im Körper spüren? Den spüren wir auch im Körper. Es gibt sogenannte Stresswarnsignale. Also ich kann gerade von einer Patientin sprechen, einer Lehrerin, die durch die Gesamtsituation so gestresst war, dass sie plötzlich Rückenschmerzen entwickelt hat, die nicht behandelbar waren. Also sie hat die üblichen Medikamente bekommen, nichts hat geholfen. Und ein paar Wochen später hat sie Blutdruckkrisen bekommen und musste mehrfach notfallmäßig ins Krankenhaus, weil sie Blutdruckwerte über 200 hatte, obwohl sie sonst einen normalen Blutdruck hatte. Und das war alles stressassoziiert. Und das sind zum Beispiel ganz typische Merkmale der Seele. Die Seele drückt sich häufig erst durch den Körper aus und erst später, dann wird es wirklich psychologisch auffällig. Wobei das ja in der Medizin häufig schwierig ist, da erstmal auf die Spur zu kommen. Denn so viele Patienten haben eine Odyssee hinter sich, bis es dann irgendwann heißt, ach ihr Schmerz, das muss irgendwie von der Psyche her kommen. Ja gut, dazu gibt es auch Zahlen. Wir haben selber eine Meta-Analyse im Ärzteblatt veröffentlicht zu dem Thema. Circa 50 Prozent der Patienten, die zu einem Hausarzt gehen, haben Probleme, die weitgehend im seelischen Bereich sind nicht. Die haben keine psychischen Probleme, sondern sind einfach gestresst und haben nicht die Beschwerden, von denen sie glauben, dass sie die hätten. Also das heißt, die Rangordnung wäre, der Stress für die Seele ist ein höherer, wenn Sie es jetzt vergleichen, mit dem Stress fürs Herz? Grundsätzlich betrachtet haben mehr Menschen quasi Probleme mit dem Körper und erst in der letzten Instanz kommt die Seele dazu. Und viele sind auch gestresst und merken das gar nicht, weil man doch eine gewisse Kompensationsmöglichkeit hat, zumindest bezüglich der Wahrnehmung von Stress. Man ist trotzdem gestresst. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Meine Tochter zum Beispiel in ihrer Abitursarbeit eine kleine Studie gemacht hat, hat Klassenkameraden gestresst. Die mussten vor laufender Kamera Mathematikaufgaben lösen und mussten immer schneller sein. Und da waren einige dabei, die haben gesagt, sie waren überhaupt nicht gestresst. Aber ihr Puls ist von 70 auf 140 angestiegen. Hat sich quasi verdoppelt. Aber subjektiv hatten sie den einen, wir sind überhaupt nicht gestresst. Und das ist so ein Klassiker. Das geht vielen so, auch Patienten, die zu uns kommen. Da sagt jeder Kollege schon, der hat der maximalen Stress. Man fragt denjenigen, ich habe keinen Stress. Die eigene Resilienz und Selbstwirksamkeit stärken. Darum geht es in der Mind-and-Body-Medizin. Professor Gustav Dorbos, Sie sind da ein Pionier. Wir waren jetzt gerade an der Stelle stehen geblieben, rauszufinden, wie ich überhaupt dem seelischen Stress auf die Spur kommen kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand gefragt wird und sagt, ich fühle mich gar nicht gestresst, trotzdem der Puls zeigt etwas ganz anderes. Gut, das ist natürlich ein Riesenthema. Da geht es um die Salutogenese. Das ist ein israelischer Wissenschaftler. Aaron Antonowski hat dieses Modell erarbeitet. Er hat 300 jüdische Frauen befragt, untersucht, die alle im Konzentrationslager waren. Und hat dabei festgestellt, dass es 100 Frauen gab, die offensichtlich nicht hinterher seelisch zerstört waren. Also die es irgendwie relativ gut überstanden hatten. Und hat diese Frauen dann weiter untersucht und hat daraus das Modell der sogenannten Salutogenese entwickelt. Das heißt, dass es bestimmte Faktoren gibt, neben der Genetik natürlich, die entscheidend sind, wie gut man Stresssituationen überstehen kann. Welche Faktoren sind das? Das heißt, es ist wichtig, dass man in einer Situation versteht, dass man das Gefühl hat, man ist in der Lage, sie zu meistern. Und der dritte Faktor ist die Sinngebung. Man muss einen Sinn darin sehen. Und alles zusammen heißt dann Sense of Coherence oder Kohärenzsinn. Und das ist ganz relevant für die Entwicklung der sogenannten Resilienz. Sie beschreiben da in Ihrem Buch auch die Erfahrungen von Viktor Frankl. Das ist ganz spannend zu lesen. Und Sie empfehlen dann ein Acht-Wochen-Training. Acht-Wochen-Training gibt es in ganz vielen Bereichen. Ein Achtsamkeitstraining beispielsweise verläuft auch über acht Wochen. Empfehlungen zur Meditation verlaufen auch über acht Wochen. Warum braucht unser Gehirn diesen Zeitraum von acht Wochen, um sich in irgendeiner Form auf etwas einzustellen? Ja, wir tricksen quasi unser Gehirn so ein bisschen aus. Und zwar braucht das Gehirn etwa 50 Wiederholungen, 40 bis 50 Wiederholungen, um zu realisieren, dass man es wirklich ernst meint. Wie mit dem Zähneputzen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel nur einmal pro Woche Zähne putzen würden, dann hätten Sie morgens nicht das Gefühl, mir fehlt was, wenn Sie nicht Zähne geputzt haben. Aber wenn Sie das regelmäßig machen, dann fühlen Sie sich irgendwie komisch, wenn Sie keine Zähne putzen. Und so ähnlich ist es mit diesen ganzen Verfahren, die unterrichtet werden. Da ist es auch wichtig, dass man wirklich das Subkutan verinnerlicht, um es dann auch tatsächlich langfristig durchzuführen. Und es dauert eben acht Wochen. Ich kann mich erinnern, Sie haben am letzten Mal gesagt, für Sie gehört Meditation dazu, wie das Zähneputzen im Alltag. Was war denn schwierig? Was war für Sie eine Herausforderung am Anfang? Für mich war schwierig, am Anfang herauszufinden, wann ich das machen soll. Und jetzt habe ich herausgefunden, ich stehe auf und fange gleich an zu meditieren. Also ohne Duschen und dusche mich erst danach. Das war für mich der beste Weg. Andere meditieren abends, vorm Schlafen gehen oder wenn sie von der Arbeit kommen. Das ist ganz individuell unterschiedlich. Aber jetzt habe ich etwas anderes, wo ich ein ähnliches Gefühl habe, wenn ich es nicht gemacht habe. Und zwar gehe ich jetzt jeden Tag 10.000 Schritte. Und wenn ich jetzt nicht gegangen bin einen Tag, habe ich auch das Gefühl, wie so ein Rennpferd, mir fehlt was. Professor Gustav Dobos in SWR1, Leute. Der beste Schutz gegen Krankheiten ist ein gutes Immunsystem, heißt es immer. Es gibt ein Immuntraining für die Seele. Das erwähnen Sie bei sich im Buch, das praktizieren Sie in der Klinik. Es passiert aber häufiger, dass sich die Patienten ganz begeistert ins Training stürzen und voller Erwartung, dass es besser wird. Und dann passiert aber nichts. Woran liegt das? Gut, man muss es natürlich anpassen an die individuellen Leistungsfähigkeiten. Die Patienten sind natürlich auf einer bestimmten Phase sehr begeistert, weil sie merken, dass sich ganz viel bei ihnen verändert und versuchen, das dann immer weiter zu steigern. Und manchmal wird es dann eben zu viel und dann gibt es Rückschläge. Und da muss man eben ganz sensibel auch sich quasi hintitrieren oder hintarieren, wo quasi der Leistungswille mit der Leistungsfähigkeit am besten korreliert. Und das Immunsystem ist eben, und das sind eben die spannenden Ergebnisse auch, sehr abhängig davon, von dem Zustand des Stresses, den man empfindet. Ja, und da gilt es dann, das Gleichgewicht zu halten. Das ist gar nicht so einfach, weil manche Patienten dann einfach komplett aufhören zu üben. Und das ist dann natürlich kontraproduktiv. Welche Empfehlungen haben Sie? Wie sieht ein Immuntraining für die Seele aus? In erster Linie kommt es darauf an, die Stressresilienz in dem Zusammenhang zu verbessern. Wie gesagt, die Studie, die ich gerade zitiert habe, die ist schon sehr alt, über 20 Jahre alt, von einer Arbeitsgruppe um Cohen. Und die haben Freiwilligen, was heute wahrscheinlich keiner mehr machen würde, Erkältungsviren in die Nase getropft. 400 Freiwilligen Erkältungsviren in die Nase getropft. Und haben vorher Befragungen durchgeführt, um rauszufinden, wie gestresst die Menschen in den letzten 14 Tagen waren. Und haben dann zugewartet, wer krank wird und wer nicht krank wird. Nicht jeder wird krank, der eben mit Viren in Kontakt kommt. Und dabei haben sie festgestellt, dass diejenigen, die maximal gestresst waren, doppelt so häufig Infektionszeichen gezeigt haben, wie diejenigen, die minimal gestresst waren. Dass also Stress eine direkte Wirkung auf die Infektionshäufigkeit hat, und das merkt man auch selber, wenn man unter normalen Umständen im Winter besonders gestresst ist, wird man halt leichter krank. Und die minimal gestressten sind natürlich ganz interessant für die Forschung. Sie gehen dann noch auf das Thema Selbstmitgefühl ein. Warum sind das nicht nur salbungsvolle Worte? Das mag ja für den einen oder anderen erstmal so klingen. Ja, das sind auch interessante Beobachtungen. Ich habe es jetzt auch öfters angesprochen bei Patienten, dass wir mit anderen schonender umgehen wie mit uns selbst. Da spielen einfach verschiedene Headlines, die man selber im Kopf hat, eine Rolle. Ich habe gerade kürzlich mit einem Patienten gesprochen, der mir erzählt hat, was er macht und wie schrecklich das alles ist, dass er das macht. Und da habe ich ihn gefragt, was, oder war eine Dame, was würden Sie denn machen, wenn Ihre beste Freundin Ihnen genau diese Situation erzählen würde? Was würden Sie da raten? Dann hat sie gesagt, ja, ich würde das, das und das raten. Ja, dann machen Sie das doch auch. Also selber macht man sich viel mehr Vorwürfe in Situationen, bei denen man anderen Freunden zum Beispiel sagen würde, ist doch nicht so schlimm. Sie haben jetzt gerade erwähnt, dass das eine Patientin war, eben die Studie mit den Frauen. Wie ist das Geschlechterverhältnis bei dem Thema die gestresste Seele? Betrifft es mehr Männer, betrifft es mehr Frauen? Also wir haben mehr Frauen in der Klinik. Wir haben 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Aber weil Sie gerade das Männer-Frauen-Verhältnis bezüglich Stress ansprechen, wir wissen aus Untersuchungen, dass Frauen durch die aktuelle Situation, durch diese Corona-Pandemie-Situation, doppelt so häufig gestresst sind wie Frauen. Wie Männer. Genau. Doppelt so häufig gestresst sind wie Männer und hauptsächlich Frauen zwischen 20 und 40. Woran liegt das? Weil da gerade die Belastung enorm groß ist über Kinder, Haushalt und Job? Es geht noch weiter. Die über 60-Jährigen sind am wenigsten gestresst, was jeden wundert, weil natürlich alle tun alles für die über 60-Jährigen, aber die sind eigentlich ganz, ganz cool. Und haben Sie eine Erklärung, warum der Stress so groß ist? Genau, es gibt eine Erklärung dafür. Also die Älteren, die haben natürlich schon mehr Krisen im Leben erlebt und haben letztendlich so ein Gefühl dafür, so eine Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, sie sagen, ach, irgendwie schaffe ich das schon, weil sie einfach schon in schwierigen Situationen waren. Und bei den Jungen ist es so, dass sie eben noch weniger Krisen oder vielleicht noch gar keine erlebt haben, von daher verunsichert sind. Und diese Verängstigung korreliert auch mit dem Konsum von Social Media. Weil häufig sind ja die Leute in irgendwelchen Chatrooms von Menschen mit ähnlicher Gesinnung und dann bekommt man immer ähnliche, teilweise Horrormeldungen. Und das steigert sich natürlich, vor allem, wenn man keine alternativen Informationsquellen hat. Und Sie gehen mit Ihren Patienten ein Acht-Wochen-Programm durch und beginnen mit dem Thema, über das wir eben gesprochen haben, mit dem Selbstmitgefühl. Ein Stichwort ins Tun kommen durch Rituale. Welche Rituale haben Sie da zum Beispiel in Ihrem Alltag? Sie haben schon gesagt, wie Zähneputzen die Meditation am Morgen. Genau, ich meditiere jeden Morgen. Das ist quasi für mich wie Zähneputzen. Mittlerweile kommt der Spaziergang dazu, dass ich jeden Tag versuche, eben 10.000 Schritte zu gehen. Bei der Arbeit sind es etwa 3.000 bis 5.000. Und dann gehe ich abends noch mit meiner Frau oder wenn meine Töchter zu Besuch sind, mit denen spazieren. Oder ich telefoniere mit Freunden während der Zeit. Das ist eigentlich auch eine Zeit, die man für sich hat. Also das hat auch was Gutes an sich, hat auch was Schönes an sich. Und dennoch ist da noch die andere Seite, die negativen Gedanken. Und wenn die Macht der negativen Gedanken so groß ist, wenn die Menschen nur noch darum kreisen, was lässt sich da vielleicht machen, um sich umzuprogrammieren? Ja, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Die negativen Gedanken korrelieren ja häufig mit Schlafstörungen. Und wir wissen, dass etwa 50 bis 60 Prozent der Menschen jetzt unter Schlafstörungen leiden. Und es sind auch die meisten Patienten, die zu uns kommen, leiden auch unter Schlafstörungen. Und die meisten haben Gedankenkreis und können deswegen nicht schlafen. Und da gibt es eben verschiedene Techniken. eine ist, durch Meditation kann man tatsächlich erreichen. Das Ziel der Meditation ist ja quasi, den Geist freizumachen von Gedanken, was nicht einfach ist. Das ist eine richtige, schwere Arbeit. Aber man kann, wenn man geschult ist, schafft man es tatsächlich, einen Gedanken auf eine Wolke zu setzen, gedanklich ihn vorbeiziehen zu lassen. Wenn er wiederkommt, setzt man ihn wieder auf eine Wolke, dann zieht er vorbei und irgendwann kommt er nicht wieder. Das ist natürlich, da braucht es viel Training dazu. Oder es gibt ein Verfahren, das nennt sich der Gedankenstuhl. Dann nimmt man sich während des Tages eine halbe Stunde Zeit, setzt sich gedanklich auf einen Stuhl und lässt Gedankenkreisen ohne Ende zu. Man darf alle Gedanken haben, die man sonst auch hat, die sich in der Regel permanent wiederholen. Aber nach einer halben Stunde ist Schluss. Und das macht man mit sich selbst einen Vertrag. Ist nicht schriftlich, sondern gedanklich. Und in vielen Fällen funktioniert es tatsächlich, dass man quasi dieses Gedankenkreisen, dass es den ganzen Tag oder die ganze Nacht so geht, dass man das wirklich auf eine Zeit begrenzt und dann frei ist von diesen Gedanken. Und der Grund, warum es wichtig und sinnvoll ist, dass man es schafft, ist, weil dieses Gedankenkreisen sehr stark auch mit Angst, Depression korreliert und auch das Immunsystem belastet. Ja, das klingt jetzt erst mal sehr schön und praktisch. Dennoch, Ihre Klinik wäre nicht so voll, wenn die Menschen nicht größere Probleme damit hätten. Da gibt es ja dann auch das Schwarz-Weiß-Denken, wo Menschen nicht mehr rauskommen. Haben Sie da auch einen praktischen Tipp? Das gibt, ja, Sie haben recht, es kommt ganz häufig vor. Es gibt das Beispiel von der jungen Frau, die an der Bushaltestelle steht, dann kommt jemand vorbei und drückt dir 100 Euro in die Hand. Wie reagiert sie oder wie könnte sie reagieren? Die Erste gibt ihm eine Ohrfeige und sagt sie unverschämter Kerl und gibt ihm das Geld zurück. Die Zweite denkt sich, ach, das ist ja ganz gut, ich brauche sowieso Geld, dreht sich um und geht weg. Und die Dritte denkt wieder was anderes. Also dieses Reframing ist das Fachwort dafür. Also wie ich eine Situation interpretiere, so fühle ich mich auch und so ist auch die Konsequenz des Handelns. Und das kann man auch lernen, dass man einfach lernt, bestimmte Situationen nicht negativ zu interpretieren, sondern auch positiv. Klingt so, als müssten wir uns dann am Ende umprogrammieren. Hat das damit in gewisser Weise zu tun? Ja, umprogrammieren hat so einen Negativ-Touch. Die Tatsache, dass wir häufig uns selber negativ programmieren, hat ja einen entwicklungsgeschichtlichen Sinn. Das war der Schutz früher. Das ist der Schutz. Also der Neandertaler, für den war es das Wichtigste, wenn er morgens aufwachte, dass ihm sofort eingefallen ist, dass er schon eine Woche nichts gegessen hat und dass er jetzt heute eine Lösung finden muss dafür. Aber die Probleme haben wir jetzt heute nicht mehr. Aber trotzdem wachen wir häufig morgens auf und der erste Gedanke ist ein negativ Gedanke. Und das kann man lernen, dass man quasi das Gehirn umprogrammiert, dass es nicht permanent die negativen Gedanken uns serviert, sondern auch die positiven Geschehnisse, Geschehnisse, die im Alltag passiert sind. Psychische Belastungen wie die Corona-Pandemie verunsichern. Bei uns zu Gast Professor Gustav Dobosch. Wir wollten auf die Ernährung schauen. Die gehört natürlich auch zum ganzheitlichen Ansatz. Bunt und vielfältig ist das Stichwort. Fleisch nur in Maßen. Und ganz interessant fand ich bei Ihnen zu lesen, dass es Studien gibt, die einen hohen Fleischkonsum mit Depressionen in Verbindung bringen. Wie lässt sich das denn erklären? Also das sind ganz spannende neue Befunde. Und da geht es um das sogenannte Mikrobiom. Das Mikrobiom ist die Gesamtheit der Darmbakterien, die etwa, also mittlerweile spricht man davon, dass die einem zusätzlichen Organ entsprechen. Vor 30, 40 Jahren war die Darmflora quasi die Domäne der Naturheilkunde und wurde belächelt. Aber mittlerweile weiß man, dass die Darmflora ganz entscheidend für eine ganze Reihe von Erkrankungen beteiligt ist. Und zum Beispiel gibt es viele Daten, die zeigen, dass die Stimmung exakt, also sehr stark vom Mikrobiom beeinflusst wird. Und zwar die Bakterien produzieren sogenannte Mediatoren, Serotonin und Ähnliche, die dann über den Vagusnerv zum Gehirn transportiert werden und dort Einfluss auf die Stimmung haben. Und genau. Also könnte bedeuten, wenn jemand viel Steak isst, hat er am Ende schlechtere Stimmung, wenn ich das jetzt mal überinterpretiere. Genau. Wenn einer viel Steak hat, hat er andere Darmbakterien. Die Bakterien korrelieren extrem mit der Ernährung. Und eine fleischarme Ernährung hat eine ganz andere Bakterienflora, ist eine fleischreiche. Zusätzlich kommt dazu, dass Fleisch auch noch, also die überarchite Unsäure, Entzündungsparameter erhöht. Wenn man zum Beispiel einer Maus den Stuhlinhalt von einem depressiven Menschen in den Anus infundiert, natürlich kleine Mengen nur, entwickelt die Maus depressive Symptome. Das ist ganz spannend und es gibt eine ganze Reihe von Studien und auch Meta-Analysen, die gezeigt haben, dass eine ganz bestimmte Form der Ernährung, eben eine mediterrane Vollwerternährung, die reich an Ballaststoffen ist, die Stimmung deutlich verbessert bei depressiven Menschen. Und neben der Darmflora gibt es noch eine andere Erklärung. Die mediterrane Ernährung hat einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Und diese Omega-3-Fettsäuren werden in die Membranen der Neuronen eingebaut. Und ein hoher Anteil von Omega-3-Fettsäuren in den Membranen der Neuronen korrelieren mit der Beweglichkeit, mit der Neuroplastizität dieser Neuronen, die besser auf schwierige Situationen reagieren können. Und wenn wir es nochmal zurückholen auf unseren Speisezettel, wenn wir dennoch tierische Proteine brauchen, wodurch lassen die sich am besten ersetzen? Gut, die lassen sich, also wir brauchen gar nicht so viele tierische Proteine. Es kommt auf die sogenannte biologische Wertigkeit an. Das heißt, man kann durch Kombinationen von zum Beispiel Bohnen mit Kartoffeln oder Kartoffeln mit Ei, kann man eine biologische Wertigkeit erreichen. Also eine Gesamtheit an essentiellen Aminosäuren. Die dem Fleisch entsprechen. Also von daher ist es eine reine Auswahl der Nahrungsmittel. Weniger ist häufiger mehr. Ich weiß noch von Ihrem vergangenen Besuch, da haben Sie erzählt, dass Sie teilweise 16 Stunden lang nichts essen. Halten Sie das noch so? Also es hängt immer davon ab. Momentan ist es nicht so konsequent, weil man verzichtet ja schon so auf ganz viel. Aber ich frühstücke in der Regel nicht oder trinke nur einen doppelten Espresso und esse dann am Abend. Aber das Intervallfasten hat viele positive Aspekte. Was war der größte, den Sie an sich festgestellt haben? Gut, man verliert Gewicht und hat nicht mehr solche Heißhungerattacken auf Süßigkeiten. Viele Menschen treiben das ja teilweise so weit, dass sie sehr asketisch unterwegs sind, die Selbstoptimierung bis zum Maximum treiben. Ist das am Ende vielleicht sogar gar nicht mehr gut? Ja gut, die extreme Form der Selbstoptimierung ist natürlich auch wiederum ein Stressor. Man ist quasi permanent gestresst und darum geht es ja letztendlich auch, diesen permanenten Adrenalin oder Cortisolausstoß zu reduzieren. Also von daher konterkariert man letztendlich den positiven Effekt durch eine Optimierung oder Maximierung der Maßnahmen. Wenn ich da auf Ihr Acht-Wochen-Programm gucke, das hat ja auch viel mit Selbstoptimierung zu tun. Da gucke ich erstmal auf mein Innerstes, da bekomme ich hier ein Handbuch an die Hand, da bekomme ich hier Ernährungstipps. Also inwiefern stehe ich da unter Gefahr, das vielleicht dann auch falsch anzuwenden? Also letztendlich geht es darum, oder erfahrungsgemäß ist es so, keiner macht alles, sondern in dem Acht-Wochen-Programm, da möchte ich eine möglichst breite Palette den Menschen anbieten und jeder sucht sich die Dinge aus, von denen er gemerkt hat, dass sie ihm am meisten helfen. Manche sagen, ich habe gemerkt, wenn ich morgens kalt dusche nach dem warmen Duschen, fühle ich mich den ganzen Tag frisch und entspannt. Und jeder hat was anderes, findet was anderes dabei. Sie haben jetzt über die vergangenen 20 Jahre 40.000 Patienten untersucht und ihnen helfen können, sie wieder auf einen guten Weg zu bringen. Gibt es da so Formeln, auf die Sie gekommen sind, dass Sie sagen, ja, das ist etwas, was den meisten tatsächlich gut tut? Haben Sie da eine Analyse? Also, eine spannende Frage. Also letztendlich ist das Buch daraus entstanden, aus diesen Erfahrungen. Was mir von Anfang an immer aufgefallen ist, auch meinen Mitarbeitern, ist, dass Patienten, die zu uns kommen, das sind ja chronisch Kranke, die durchschnittlich seit sieben Jahren krank sind, an unterschiedlichen chronischen Erkrankungen leiden und natürlich auch seelisch leiden durch die chronische Erkrankung. Und wenn die zu uns kommen, sind die häufig maximal gestresst, sind depressiv, sind ängstlich. Und innerhalb der ersten Woche verändern sich viele sehr stark. Kürzlich hat mir ein ärztlicher Mitarbeiter gesagt, er hat auch eine Patientin aufgenommen und die kam ihm so hochdepressiv vor und so wortkarg. Und danach fuhr er in Urlaub und kam nach einer Woche zurück. Und als er dann Visite bei ihr gemacht hat, kam er zu mir und hat gefragt, was habt ihr denn mit ihr gemacht? Die ist ja völlig verändert. Und das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder gemacht haben. Noch bevor sich die eigentlichen Beschwerden der Patienten komplett gebessert haben, geht es denen seelisch besser. Und da haben wir nachgeforscht, ich habe einen Lehrstuhl mit acht Mitarbeitern, da haben wir nachgeforscht, welche Effekte diese naturkundlichen Therapien überhaupt auf die Seele haben. Und dabei haben wir eben 20 unterschiedliche Therapien identifiziert, die nachweislich wirksam sind. Und die habe ich eben in einem Buch beschrieben. Und aus dieser Erfahrung ist auch die Idee entstanden, jetzt eine Abteilung für Naturkunde und Psychosomatik zu eröffnen, um dann auch Menschen die Möglichkeit zu bieten, die eben auch psychisch erkrankt sind, naturkundlich und psychosomatisch behandelt zu werden, bei uns an den Kliniken essen mit. In Freiburg haben Sie studiert, dort promoviert. Wenn Sie auf die Ernährungsmedizin von damals schauen, was hat sich denn da getan? Da gab es doch wahrscheinlich ganz große Veränderungen inzwischen. Also es ist unwahrscheinlich etwas, unvorstellbar, was sich verändert hat in den letzten 30 Jahren bezüglich der Ernährung. Also damals galt noch, man muss Fleisch essen, Kohlenhydrate und Fett möglichst wenig. Dann gab es noch Vitamine, aber sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe oder bestimmte Formen von Proteinen oder sowas. Darauf hat man damals noch nicht so geachtet. Und es kam erst unter anderem durch Klaus Leitzmann, dem letztendlich geistigen Vater der Vollwerternährung aus Gießen, hat sich die, und auch durch Harvard, also durch Walter Willitz, quasi dem bekanntesten Ernährungsepidemiologen weltweit, hat sich quasi rauskristallisiert, dass die Ernährung doch eine andere Rolle spielt. Und dass ganz bestimmte Nahrungsmittel, unter anderem eben Pflanzeninhaltsstoffe, eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie wurden dann zu einem Pionier der Naturheilkunde. Sie haben nach Freiburg noch ein Jahr in China angeschlossen. Was hat Sie nach China gezogen? Ja, ich hatte in Freiburg, das waren 1981, nee. 83 waren Sie in China, habe ich mich gesehen. 1982, genau. 1982 habe ich auf einer Party eine junge Frau kennengelernt, in die ich mich verliebt hatte. Und nach vielen Versuchen hat sie mich erhört. Er hat mir dann aber nach ein paar Wochen mitgeteilt, dass sie jetzt ein Stipendium nach China hat, um zwei Jahre nach China zu gehen. Und dann hatten wir kurzerhand entschlossen, dass ich sie begleite und ist heute meine Frau. Und Sie haben in China dann Akupunktur gelernt, vielleicht ja sogar gemeinsam. Was ist das für eine Erfahrung gewesen? Denn Akupunktur hat ja in der Naturheilkunde inzwischen auch einen großen Stellenwert. Also zuerst war das für mich, also ich war gar kein Anhänger der Akupunktur damals. Es war die einzige Möglichkeit, ein Visum zu bekommen. Das war 1983. Sie haben das als Schleichweg benutzt. Ja, das war kurz nach der Kulturrevolution. Und alle hatten noch die Mao-Bibel irgendwo versteckt. Und also von daher, am Anfang war ich eher skeptisch, aber dann fand ich es ganz spannend, als ich dann die Entwicklungen der Patienten gesehen habe. Die Chinesen arbeiten ja viel schneller. Ein chinesischer Arzt Akupunktur hat auf einmal zehn Leute. Das zack, zack, zack. In fünf Minuten ist dann einer fertig. Bei uns dauert das viel länger. Das heißt, ich habe sehr viele Patienten innerhalb kurzer Zeit gesehen und war überrascht, wie sehr die sich bessern. Ich hatte ja auch Chinesisch damals gelernt, habe zumindest so einfache Konversationen führen können und kam dann zurück nach Deutschland. In Deutschland war das damals noch sehr wenig verbreitet. Es gab, glaube ich, elf Ärzte, die dann so eine vergleichbare Ausbildung hatten. Und ich habe dann erst noch meine universitäre Ausbildung beendet, habe mich habilitiert, war dann noch mehrere Jahre in den USA, habe dann an der Scripps-Klinik gearbeitet. In Lachoyer. Und jetzt spielt natürlich Akupunktur eine ganz wichtige Rolle, vor allem deswegen, weil Akupunktur das am besten untersuchte komplementäre Verfahren ist. Es gibt über 6000 Studien mittlerweile zum Thema Akupunktur und es gibt viele Leitlinien, in denen die Akupunktur verankert ist. Dennoch gibt es viele Menschen, die sagen, ja, auf Akupunktur springe ich überhaupt nicht an. Woran liegt das? Haben Sie das ergründen können? Auch manche haben eine Nadelfobie, manche halten es für Humbug. Ich meine, die ursprünglichen Theorien, Hypothesen, die sind natürlich mit einem wissenschaftlichen Denken nur ansatzweise vereinbar, meistens überhaupt nicht. Aber interessanterweise jetzt zum Beispiel diese Theorie von den Meridianen, die gibt es natürlich nicht in Wahrheit. Aber wenn ich Patienten an einer bestimmten Stelle akupunktiere, beschreiben die häufig Gefühle entlang des Körpers, die diesem fiktiven Meridian entsprechen. Von daher kann man schon nachvollziehen, wie diese Idee der Meridiane zustande kam. Interessanterweise wird ja das chinesische Gesundheitssystem so beschrieben, dass es früher so war, dass die Ärzte nicht fürs Behandeln, sondern fürs Heilen bezahlt wurden. Heute ist das nicht mehr so. Was haben Sie da aus Ihrer Zeit in China mitgenommen? Also jetzt ist es natürlich völlig anders. Da hat der Kapitalismus in Anführungszeichen Einzug gehalten. Ärzte sind eigentlich nur noch damit beschäftigt, Geld zu verdienen. Ja, ich habe ganz erschreckende Nachrichten gestern noch gelesen. Da wurden Ärzte teilweise verprügelt von Patienten, die sehr unzufrieden sind. Also das ist dramatisch, die Entwicklung dort. Also ich habe kürzlich in Shanghai Daily einen Beitrag gelesen, dass Ärzte Krankheiten erfinden von wohlhabenden Patienten, um sie zu behandeln gegen etwas, was sie gar nicht haben. Und von daher ist auch nachvollziehbar, dass Patienten, wenn sie da sowas in Erfahrung bringen, dass sie da nicht glücklich sind drüber. Und dieses alte Prinzip fürs Heilen bezahlt zu werden, das ist doch eigentlich ein schöner Gedanke. Ist ein schöner Gedanke und würde unser Gesundheitssystem sicherlich deutlich entlasten. Das war das Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SRS-Leute, Prof. Gustav Dobosch. Alles Gute. Danke. Vielen Dank.